let's go continue so weiter geht's machen wir mal unsere request weiter ein slip ins leiden zeig mal gute sachen ich habe alt gedrückt ich würde hier echt gerne so ein bisschen gym mäßig guten tag officer hier ist auch mal ein waffen shop war da ist er denn katana knife man sieht auch immer was besser ist baseball bat muss aber jetzt 3 sein was haben wir denn hier inventory muss erstmal alles ok so cyberware achso ja sonst habe ich für nichts hier diese mods möchte ich gerne haben machen wir erstmal weiter ja 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 jackie war das entfernt 80 metern 70 meter da dauert nicht lange ich bei ihm bin so Moin, ne? Ah, da bist du. Das ist mit seinem Fuss. Ja, das sind beide. Ich glaube, ich hätte einen J.O.B. Ich meine, vielleicht ist es nicht so groß wie das, aber... Es ist einfach von einem nicht gewählten jemanden, Dixter Deshaun. Nur der Topfixer in Night fucking City. Fertig, Black Jesus of the afterlife. 300 lbs. Partly gold-plated coupons. Hmm. 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 Der Wind war's 2 years back. Somehow Dix got caught up in the craziness. A lot of bodies lying in the streets by the time the shooting stopped. Eh, Dix got lucky though. Managed to slip under the radar till tempers cooled. Took a while. But he's made one hell of a comeback. Hmm. Song of all the stings. I bet his elbows have blood, Jack. You wanna shake his hand? Work with him? It's the biz, V. Everyone's got blood on their hands. If you deal with it, you move on. So what's the gig? You're meant to come out in one piece? The Lord and Savior wants to tell you everything himself. Face to face. Oh, no pressure, but... This whole deal? He's riding on you now, I say. Where do I gotta go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dix go way back. And my face is yesterday's news. Now Dix says he needs to check you. Talk to you. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. I guess I got no choice then. I guess. Dix is a real deal when it comes to Fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Andre or Wacock. But, Dix is all that. Not really, no. It's always the same story. You land on fresh turf. The Fixer waves his dick around, but he's smiling. And you'll be up to your neck in gigs and Eddie's. Still, all you are is another name in their little black book. Nifty tools for getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie their client put on the table. Sure, you crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. You can call your active vehicle to your current location with V. Bip. Top-notch work, Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. Are we rolling or what? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Geiler Hengs. Hey, Patrick. Moin, moin. Obwohl, wir haben fast schon Abend, eher Nachmittag. Wie geht's? Wie steht's? Ich fahr mal ein bisschen. Will ich's mal fahren? Ey. Oh. Äh. Die wollte ich nicht rausholen. Mache ich 3rd Person oder 1st Person? Ja, ich mag 3rd Person mehr. Ist ein bisschen einfacher zu steuern. Ich schwöre, ich hab'n Führerschein gemacht. Nur nicht in dem Spiel hier. Die Wickelstellung ist sehr, sehr komisch. Ah, ja, ja, ja. Alles gut bei dir? Ich bin im Home Office und hab' auch sag' ich mal angezockt. Wahrscheinlich bist du schon weiter als ich, ne? Oh, da hab' ich mal überfahren. Äh. Ich hab' auch schon ein bisschen angespielt, aber... Jetzt grade zum zweiten Mal. Ich hab' vorhin kurz Pause gemacht. Ah. Ah. Ansonsten geht's mir gut. Aber egal. Das Spiel ist leider schon ein bisschen Buddy. Bester Autopara. Ah. Oh. Ich wurde fast entdeckt. Scheiße. Ah. Okay, Gary. Guten Tag. Hey, na? Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little kitchen up to do. Wo war das hier? Ne, nicht so viel weiter. Ah, okay. Das ist gut. Zack. Na ja. So. Ich kann dir auch mal, ne? Ich kann dir auch mal kurz zeigen, wie ich aussehe. Das bin ich. Alter, ich hab' so ne Scheiße an, ne? Ich hab' so ne Scheiße an, ne? Ich schau' mal ein bisschen bei dir rein. Oh. Wie nett. Wie nett. Äh. Ja. Aber wenn noch in einer Tempo. Hallo. Wie du auch siehst, Alter. Zu viel. Ich hab' so gedacht, dass wir das hier aufbauen, ist einfach nur Buddy, ne? Ähm. Ja, ne? Mach' mal auf hier. Guten Tag. Der Charakter hat Hotpants an, Bruder. Hast du eine Frau oder ein Typ gespielt? Oh. So, common practice subway installation is still a dangerous and invasive procedure, which can only be performed by qualified specialist ripper dogs. Ah. There are several ripper dogs operating throughout Night City, who offer a variety of different subway upgrades. Select your desired cybernetic upgrade from the list and enjoy your new abilities. Oh. Das, äh. Das klingt gut. New one. Typen. Typen mit Hotpants. Schöne Hand. Oh. Mhm. Das ist schon mal von Dexter gehört. Und natürlich auch Upgrade. 21.000 kostet der Scheiß, sagen wir mal so, ja, ich bin mit 500 gestartet, ich habe eine Fistfight Quest gemacht und habe übel heftig gegen zwei Gebrüder Grimm verloren und habe jetzt null. Was ist mit deinem Arm los? Einmal bitte mich upgraden, ich brauche ein neues Operating System hier. Kuroshi Optics, best I've got and should be about right under the circumstances. Now check in. You peruse and choose while I scan. Okay, was habe ich denn? Starvanetic implants are mechanical replacements for the organic parts of your body. They can give you superhuman like abilities which can improve your convertability and help you survive in hazardous conditions. Although a common practice in 2077, the installation of Suburbare is still an invasive and sometimes dangerous medical procedure. Only specialist, no, ja, so das haben wir auch schon mit diesem Body. Hands, I want to throw hands, give me new hands. Here's the chance to ricochet shots with power weapons, where he links the user optical implant to the weapon system, offering real-time data tracking. I guess, give. Und anscheinend auch was für die Augen. Ich brauch schon, wie das war. Komm, geht einfach. Enhances your vision. Kann ich jetzt FOV höher stellen? Geil. Äh, ja, das war's dann, ne? Wollen wir mal Available Items. Oh, das kostet alles so viel. Ich will aber haben. Frontal Cortex. Ich möchte mein Big Brain haben. Schade. Oh, der Shit kostet einfach viel zu viel überall. Gut. Mark 1, like I said. Decent enough Scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top is a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your faces a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. Okay. Okay. Hmm. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that Major League arm of yours right here. Ay, 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 ay. Just like that. Thanks. Oh, warte. Oh, warte, warte, warte. Now I have a bit of anesthetic and I can start cutting. Feel anything? Feel anything? I feel so happy about the dentist. Sehr gut. Really dark. Makes it sound like a dentist. Always going on and on. Don't mean now. Remember, I'm old. I got a shaky hand. I got a shaky hand. You could slip. Lights out for a minute, alright. Jaja. 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 Das sieht sehr noch Blitches aus. Weil, die place vier sind aber eher vom Spiel als vomoveel planen Sachen. Jaja. Jaja. Jaa. Äh, das ist es. Scanning people with your Optical Starware can provide you with a lot of useful information, such as how strong an enemy might be, who is the crew, or what type of weapons they use. As a skilled Netrunner, you can use a list of quick hacks, which you can use against the enemies. It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, or with anything, really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also inject a NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. Database of Wanted Persons. Database of individuals with bounties assigned to them is now available to use. You can identify these wanted persons with your Scanner. Since all are wanted dead or alive, the methods you use to claim your reward are entirely up to you. You should see your ammo count in a brand new site. Not really. What about virus? Neurovirus. From the last job. Can you check it? Done and gone while we were putting in your implants. And a full sweep on your soft and circuits. Zap the critter. You're certified bug free. Yeah, well. Shit, Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. Two whiffs now, and another two in an hour. You're the best. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big lease, don't forget where you came from. Hm. Oh, man kriegt nachher richtig geile Implantate. Okay, okay. So. Scanner ist jetzt erst mal nicht, nicht so neu. Track, drop, the right. Oh, komm. Geh erst mal wieder zu Jackie. Jackie. Hallo. Your heart chakra looks a little out of whack, babe. I can release it for you. But you'd have to watch out for negative energy fields. And avoid mean reds. V! Yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride. For you. Ain't but a hop to where he's parked. Next to Gramsci Burgers. Okay. Do my best to talk us up. Was macht er gerade, Alter? Löst er seine Chakren, oder was? Jetzt haben wir ihn ja. Okay. Oh, careful. V, listen. I've got this delicate matter. That's why I called you. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me. For a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds. But I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before a max attack hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. There are various ways to incapacitate enemies without killing them. Non-lethal takedowns, non-lethal quick hacks, non-lethal weapons, EMP grenades, and some combat gadgets. Weapon mods that change damage to non-lethal. If a given weapon, combat gadget, or quick hack is non-lethal damage, it will be now mentioned in the description. Okay. Okay, let's go here, right? Let's talk about Rick Ross here. You mind if I ask you something right off the bank? Would you rather live in pieces, Mr. Nobody? Die ripe, old, and smelling slightly of urine? Or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies without seeing your 30th? Hmm. Hello? Uh-huh. Oh, hello. Oh. Oh, hello. Es gibt eine Prototyp-Tec, eine Biochip, um zu bezeichnen. Die Arbeit ist zu holen, einfach. Ja. Ich glaube, es gehört zu einem Korps. Mhm. Arasaka. Sicherlich, das ist kein Problem. Korps nicht gewaltt. Mhm. 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 Hmm. Wir haben keine Saka-Chip, und wir sicherlich keine Happily-Ever-Afters bekommen haben, aber nicht aufregend. Es ist ein einzigartiges Werkzeug. Jetzt habe ich gesagt, ich kaufe das ganze Ding aus Maelstrom. Die Problem ist, ich habe so gemacht von einem Mann aus dem Namen Brick. Ich sage, wenn, denn Brick war der Leiter. 3 Tage nachdem wir die Idee haben, seine Freundin und Gang-Mate, Simon Randall, a.k.a. Royce, hat ihn gebeten. Royce ist in charge jetzt. Und ich habe keine Weise zu wissen, ob er versucht, um seine Worte zu erinnern. Um zu erinnern zu diesem Schutzsturm, eine Meredith Stout von Militech hat eine Interesse in dieser Konvoi entwickelt. Hmm. Herr Prima-Donna. Korpo-Agent. Internal-Affaires. Ich habe mich über die Stadt nach dem Konvoi gefragt, wie sie ihre Leben beteiligt auf ihn. Der, der lebt, der sie in ihrem Trunk hat. Die Stücke auf ihre Arsch, die nicht mehr kregen. Also sie muss sich zufrieden werden. Sei wiser, wie man das benutzt. Natürlich, um das zu tun, braucht man die Info von der Frassel-Kat. Schreib es jetzt. Ich glaube, ich habe alles. Es ist derzeit, dass ich zu arbeiten habe. Ich habe keine Worte verstanden. Ich habe die Musik in meinen Augen. Ich setze das Fleisch mit Miss Parker in Lizzie Bar. Flatthaard, das wird alle benutzt. Okay, okay. Let's go, let's go. Okay, wait. Okay, geht's... Uh-U-U-U-U. Uh-U-U-U. I'm the king of Asit. One more sentence is to me. Quiet Life. Or Blazer Glory. Hmm. Uh-U-U-U. Later now. Bye-bye. Hm. That sums it up. Dex wants to talk to Royce. Give the deeds of some Militech agent too, but... I don't know how much help she stands to be. Ha! She's very dialogue, Harry. She's lost her life. What? Hmm. Parker. I think I ought to see her first. See what she's like. What she's after. Corrale. In that case, I'll hit the all-foods. Put my nose to the ground. Step around. Hasta luego. There you go. Ah! Oh. Can I put it on my hand? I'll do it again. If it's okay. A little bit overlaid. I'll do it again. Yeah, come. Read message. Oh, not. Okay. Damn. There are more. Okay. I'll do it again. What's happening here? Ah. Er... Abilities... Weak to... Resistance to... Ah. Dann lassen wir doch mal... Demarkieren euch mal, ne? Zack, zack, zack. Zack, zack. kann ich bitte was bestellen dann halt nicht da bin ich dann sieht man auch was für jobs denn hier sind drop point und so weiter und so fort danger moderate ich würde mal sagen packen wir den job mal ach das ist der faustkampf ich weiß dass ich ihn nicht schaffe das heißt wir machen drüber was anderes danger high danger high shop ripper dog assault in progress nicht gleich the perps wir tracken an einem anderen job hier jetzt kommt noch was oder kann man es nur so vor character hab ich den level aufgekommen oder wie attribute und one perk point ok attribute würde ich den hier gerne nehmen wieder intelligence und ich würde gerne loss run to recover during combat quick hacks locks crafting specs internet runner when they are attempting to hack you main target affected by quick hack and sling we can run dann machen wir das mal gut dann fahren wir mal der blauen linie let's go wow genau 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 Ja, ne? Kannst nicht mehr gucken, ne? Bam. Sehr schön. Oh, da ist noch einer. Na. Danke. Huh. So. Ähm, what? Nur eure ganzen Waffen, die hier rumliegen. Tja. So. Schöne Waffe. Was ist mit dir hier? Gib, gib. Sehr schön. Gut. Gucken wir mal in unser Inventory. Wir haben erstmal wieder ein Level-Up bekommen. One Perk Point available. Alter, es gibt so viel Shit, ne? Holy Shit. Ähm, ich würde gerne... Increases Armour by 15 Min. Blocking with a blunt weapon. All attacks with blunt weapons never to apply stun. Bum. So, was haben wir noch? Inventory. Wir haben neue Waffen bekommen, ne? Äh... Die da sieht sehr schön aus. DPS, wenig Schaden, aber sehr viel Feuerrate, ja. Attachments? Ja, hab ich leider nicht. Nix. Weil man da war auch noch. Also, ich hätte noch mal was wissen können. Äh, die Schroti... Lass ich, glaub ich, schon fast dran, Anna. Okay. Äh, haben wir hier noch irgendwas? Wenn zwar. Ach, ich hab ein bisschen Money gefunden, oder wie? Jus. Hm. Schade, schade. Oh. Sie haben gerade noch andere Kleidung und sowas gefunden. Ne. Äh, das kann man ja nicht tragen. Das hier aber. Ich möchte... Mach dir bitte gut irgendwelche Stats. Der gibt echt Armour, ne? Dann muss ich das leider anlassen. Aber noch was Besseres als Tanktop. Wie sieht der denn aus? Ich würde das Tanktop halten. Ähm... Schön hübsch, hübsch. Hier hab ich aber noch nix, ne? Und ich hab mir ja ein paar neue Schuhe hier. Amour. Äh, die sehen super hässlich aus. Hm. Hm. Ja. Ich mein, ne? Style, äh, ist auch mal ein sehr wichtiger Stat. Jetzt soll mich, ich wollte schon sagen, als ob ich hier nicht hochklettern kann. Können wir lang. Ja. Sind wir noch so weit weg? Oder... Oder what? I don't know what you might find. I'm a scoward. Hm. 200 Meter sind das noch, Alter. Krass. Das ist in der Tat... Äh, doch noch ein bisschen... Ich glaube, ich will mal langsamer. What? Probiert. Das Spiel ist schon... Hard Buggy. Aber... Davon lass mir nicht den Spielspaß hinnehmen. Okay. Solve in progress. Einmal ping, bitte. Einmal alle drei markieren, bitte. Ja. YouTube-Portokoll. Was haben wir denn? E9 und BD. 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 E9. BD. E9. E9. Oh, hier sind noch... ...viel mehr Gegner, als ich dachte... E9. Uicode. Den noch, und dich hier, und dich hier, so, wie gehen wir den Shit am besten an, der läuft hier gerade die ganze Zeit lang, ne? Nein, ich wollte ihn nicht stetschen. Ich könnte... Okay. Oh, shit. Nein, komm! Oh mein Gott! Fuck! Holy shit! Okay, man stirbt schon, äh, schon sehr schnell. Sag mir nicht, dass der Checkpoint so fucking weit weg ist, dass ich jetzt, ja, 20 Minuten laufen muss. Es ist echt ein Stück, bis dahin wieder da. Das heißt, wir speichern mal nochmal davor, nächstes Mal. Oh. Damit wurde das ja als relativ einfach angezeigt. Ja, komm, komm. Ich. Oh, 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 oh. So, was haben wir denn? 5, 5, 5, 5 und BD. So, jetzt kann ich einen Ping machen für einen. Okay. Ja. 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 Markieren, bitte. Markieren. Markieren. Alter. Ist nicht dein Ernst, oder? Hä? Hä? Warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Als ob der Ping jetzt weg ist. Ah. Ping. Den. Hallo. 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 Wo kenne ich den bitte da anpingen? Wie kann ich nicht pingen? Nein, do not get it. Okay. Was kannst du dahin in der Ping nicht? Oh, no. Oh, no. Okay. So, I know I was in between, though. Oh, weird. Okay. Ja, komm. Darf ich? Nee, okay. Ah, das steht erst bin ich. Das war die letzte Granate, die ich eben gemacht habe. Krass. Machen wir mal. Save game. Und jetzt. Und jetzt. Ah, ja, ja, ja. Wat? Okay. 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 Huh. Hab ich's noch? Okay. 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 Ich hab alle. Huh. weglooten, was so geht. Okay. 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 Der heult noch, der heult nur. Heult nur. Ähm. Kann ich den Container hier bitte aufmachen. Kann ich den Container hier bitte aufmachen. Ja. Jo, kein Problem Leute. Kein Problem. Ja, 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 ja. Lass mich alles weggeloadet. Mal mehr hier. Bisschen Parkour hier. Die Steuerung fühlt sich auch immer noch ein bisschen plunky an. Okay. Der Schwung war eventuell ein bisschen zu weit. Okay. Dann haben wir sonst noch was hier. Wohin? Ist was? Was ist denn das hier? Connect. Was haben wir denn? Dopamine? Nee, Datamine. 5, 1, 10, 5, 5. Was haben wir jetzt? Switch Control. Okay, cool. Gerne. Oh. Ja, okay, ich spiel. Hm. So. Alter, Alter. Haben wir wieder viel reingeschaltet. So, wir haben einen Perk Point. Okay. Ähm. Geben wir ein bisschen was auf Coolness eventuell. Increased Damage dealt by silenced weapons. Increased Movement Speed while sneaking. So, wir hier. Define an enemy, gain cold blood for 10 seconds. Increased Movement Speed by 2 seconds. 1 times. Ehh. Nee. Ich würd mal was hier machen. So. Dann noch Crafting. Nee. Ich werd kein Crafter sein. Ähm. Wir haben neue Waffen. Genau. Lass mich mal gucken. Hm. Double Barrel Shotgun. Can we charge to this Power-Pull Shot? Die erstmal nehmen. Sieht gut aus. So, wir hier. Die einzeln, die besser sind. Das sind Sachen, die ich noch nicht tragen kann. Dann haben wir ja was besseres. Oh, denn das Knife macht noch mehr. Ähh. Wo ich mich eigentlich. Ach komm. Who handed bad? Let's go. Einmal kurz den Bad ausprobieren. Okay. Und dann möchte ich einmal kurz das Ding aufladen. Und dann möchte ich einmal kurz das Ding aufladen. Ah. Ah, das ist jetzt wirklich durchgeschossen. Tatsache. Okay. Ah, wir machen die. Okay. Cool, cool. Da hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Aber hier hoch. Oh. Aha. Aha. Achso. Wir wollen noch weiter gucken. Was haben wir denn noch? Ehm. Einen neuen Hut. Bitte sehr gut. Ehm. Einen Helmet. Ne. Der sieht so eklig aus, ne. Der sieht echt kacke aus. Ah, okay. Man kann Sachen kaputt machen. Um dann nachher der beste Sachen auch zu craften. Die Jacke lassen wir mal. Ah, was haben wir für neue Boots. Ja, warum nicht? Cool, das ist vielleicht noch ein bisschen krafty. Ah, das ist ein Ding hier mit meinem Armour. Okay. Ah. Alles klar. So nix. Quick access. Gadgets. Was haben wir hier noch? Bounce pack. Ah. Äh. Hier haben wir nix neues. Nix. Ah doch. Ne. Das hatten wir auch schon vorher. Cyberware. Wohne mal. Ne. Cyberware. Available Mods. Ist nur der alte den ich auch schon vorher danach hatte. Na ja. Okay. Okay. Charakter. Stats. Stats. Ich wollte mal in Crafty reingucken. Was können wir denn hier machen? Guck mal. Tech-Sniper-Rifle. Oh. Oh. Crafty warte mal. Inventory. Und dann gib mir mal bitte. Ich weiß, der Bett war ganz cool. Aber. Was? Wo ist die Sniper-Rifle? Nice. Was kann das Ding denn? Can we charge release a powerful shot? Physical damage. Charge time. Headshot. Multiplier. Cool, 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 cool. Mh. Attachment Mods. Grenades. Grenades kann ich auch craften. Ich tatsach mal zwei, drei Stück. Snipernade. Von der Format. Cool, was? Okay. Ähm. Den aber jetzt sehr interessant. Guck mal, hab's durchgeschossen? Ich glaub ja, ne? Ich hab nur sehr wenig Shots damit. Damit geht. Da hab ich auch nicht so viele Shots, actually. Ähm. Dann würd ich sogar... Äh. Äh, ich schaue der Sniper mal für wieder meinen, meinen Two-Handed Club reinnehmen. Let's go. So, haben wir hier noch irgendwas Größeres übersehen, oder? Ne, sieht nicht so aus, ne? Oh, ne. Okay, Map. Äh, wo könnten wir denn hin? Was gibt's denn hier? Danger, Danger, Moderate. Ach, mit Jackie. Das ist die Homequest, also. Ähm. Danger, Hi. Sagen wir nochmal die Twins versuchen? Ne, die Twins versuchen, das ist mir, glaube ich, echt ein bisschen zu blöd gerade. Danger, Hi. Moderate. Ich würde, aber... Ne, ich glaube, da gibt's... Ne, doch. Gehen wir mal hier hin. Und dann schnell reisen wir da hin. Ähm. Tchep. Hmm, ho, ho. So. so statt zum schnell reise punkten dann machen wir die andere nehmen kostet war schon mal kämpfen muss noch ein bisschen üben wird auf jeden fall nicht so schlecht fest regulieren ein bisschen so ist besser Hauen wir mal kurz meinen Wagen. So, Wagen. So, ah. Kannst du so vorne dauern, aber die Vehicle Callen viel zu lange. Gut, dann kann auch noch für uns. Wir müssen ihn noch unten. Hey, ich werde dir ein paar Malware senden. Auf der Grund. Ein Demony von Bad. Der Trainer, du kannst du helfen. Du musst eine Mega-Buildung subnet hacken. Spiegel mit den Filen, ich sende dir. Mehr Deets anzitiert. Okay. 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 Das muss ein Haus sein. Ja, komm. Gib mir ab. BD, 1, BD. Zack, zack. Machen wir mal einen Ping. Okay, Machen, Machen. Hmm. Okay. Warum kann ich das nicht hacken? Ich muss echt Sicht da drauf haben, oder wie? Habe ich die Kamera nicht deaktiviert gehabt? Okay. 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 Wie laut auch alles in Kombi ist, what? Gib mir mal. Ich gucke mal kurz mal den Sniper hier. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal den Schuss damit. Ähm. Gib mir mal die Nahkampfwaffe. So. Was für euch haben wir? Ich gucke mal kurz. Ja. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Was ist das? 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 Ich fache die Schwenness, Motopack. Ich fache die Schwenness, Motopack. Ich fache die Schwenness. So, einmal kurz bitte alles wohnen hier. Zack, zack. Oh, keine Ahnung, muss ich alles aufheben, weil irgendwie hab ich da nie was. Na. Okay, ein bisschen. Wie immer. F4's Open. Ja, natürlich fehlt mir ein Level dafür. Kann ich mich einmal aufleveln bitte? Ei, 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 ei. Gehen wir gleich lang. Ja, und so wieder wirklich dankbar. Gibt sich eine Leiche drin verstecken können, wenn ich wollen würde. Hier. Files. Okay, nett. Ah. Sustainability. Habe ich natürlich auch nicht. Ich hab' gekillt, ne. Ich hab' den Slut hier nehmen. Nehmen wir gleich den Mansauer. Oder ist der andere Weg hier rein. Wenn ich jetzt vielleicht gar nicht offen bin. Oh. Hm. Hm. Ähh. Ich bin so. 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 Ähm, alle Reihenhäden, ja. Die Brot. Oh, Euro-Dollars. Lekker, lekker. Liefde so. Liefde so. Äh, ich möchte aber vorne noch mal gucken. Ne, noch auf. Achja, man darf ja nicht an die Leiter springen. Man muss ja ganz langsam die Leiter hochgehen. Äh, so. Zack, 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 zack. Jetzt mal das mal. Oh, nice. Für die Schrodi habe ich sehr viel Money. Die benutzen wir dann erstmal ein bisschen. Darf ich dich jetzt aufheben? Ne, immer noch nicht. Hm. Würde ich ... Nicht vergessen. Würde ich jetzt ... Hier lang. Oh. Den ganzen Suppchen mitnehmen. Echoo! Oh, je, je, je. So. Schon die Waffe weg. Äh, und nach oben. Äh. Oh, danke. Thank you, danke. Bats happy, which means I'm happy, which means you get your Eddies and everyone's happy. Yeah! Contract closed, thanks, V. Gib her, komm. Wo geht's denn bei Level? Habt ihr ruhig ein Level abbekommen, bitte? Nein, natürlich nicht. Verkaufen. Gucken wir mal hier ein bisschen... Eddies currently equipped ja dann nicht. Nein. So. Was wir alles für komischen Shit aufgehoben haben, ey. Oh, wir haben eigentlich ein bisschen Money, langsam, in der Bag. Fällt mir. Ui. Bitch-Protokoll, was haben wir denn? Äh, 1C, 1C, okay. Okay. Äh, machen wir mal einen Ping. Sehr mal, wen hast du denn gemacht da? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Okay, okay. Unreal. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh. Is he hitting the horse? Mal heilen, bitte. Wer hackt mich denn jetzt schon wieder? Von wo? Holy fuck Ich habe mich jetzt die ganze Zeit anhelden, aber ich bin einfach ein scheiß Lot Das macht ja Spaß, wenn man da richtig viel gegen machen kann, die ganze Zeit entzündet zu werden What the fuck Cool, entzündet nämlich die Gegner einfach die ganze Zeit an Ist ja lustig Äh, ok Wir wollen nichts verkaufen Ok Ich glaube, die sind relativ stark Ich muss sagen, die Map Äh, Journal Main-Jobs, Side-Jobs, Gigs Ja, jetzt hat man hier, wo das ist Äh Wait for the Lockdown to end, ok Deswegen zeigt er mir nichts an, ok Äh Was machen wir noch? The Gun Blablabla Dann machen wir das mal So, was sagt die Map? Wohin? Dahin Das heißt, ich würde hinter mir direkt zu nehmen, wenn ich so schnell eine Reise gehen mag, ok Dann kommt es weiter Und dann, um, hier Und dann, um, hier Okay, da ist direkt da gegenüber. Black Yagam von Wilson. Ah, so. Das da, ne? Ja, geil. Jetzt hab ich nicht gelesen, was er so toll gesagt hat. Oh, der war. Was hat er mir denn wenigstens für eine Waffe gegeben? Wenigstens eine gute. Die hier, ne? Uh. Ja, nehm ich. Oh, ich kann jetzt zwar eine Seite drauf machen. Ei. Sorry, ich wollte noch mal kurz gucken. Ich wollte nur kurz gucken, wie man sich denn mit der Waffe ziehen lässt. Alles gut, Leute. Alles gut. Äh. Ja, wo müssen wir dafür hin? Ist direkt da. Okay. Einmal runter. Guck mal, wir können ja auch mal kurz. Backpack. Ein bissel, ein bissel was fooden, ne? Ja, bam. Und noch ein bisschen was trinken. Boah, werden wir ein bisschen geheilt. Ah, sehe ich schon. Oh, wunder, bitte. Oh, wunder, bitte. Oh, wunder, bitte. Ach, du warst schon wieder weg. Er ist am Rennen. Der ist nur 100 Meter entfernt. So laufen wir mal hin, nicht? Dach. Achso, zum Doktor. Haben wir denn genug? Ah, jetzt brauche ich noch ein bisschen Geld. Wie viel Geld haben wir denn, kann ich schon sehen. 7000 erst. Dann machen wir mal das Quest. Who knows what you might find. Ich glaube, dass du wirklich glaubst, dass die Leute, die dir verabschiedet haben, deine Mechanischen Augen, die sich verabschiedet hat. Kameras sind überall bei uns. Selbst in uns. Deine Freude, deine Sorgenheit, deine Leben. Für sie ist es nur ein Spiegel. Ja, wenn jemand sich die Leute anschaut, würde ich halte die Stadt über die Welt und halte die Hände auf meine Hände. Und wenn du deinem Pauch bist, wunderschönlich sie ihre secretäre Agenda. Okay, und jetzt? Aber wer sind die, die unsere jede Schritt zu fragen? Warum die Titanen der Entertainment in Alpha Centauri? In ihrer wunderschönheit, sie verabschieden ihre wehrende und verabschiede, indem sie unsere Lachen, unsere Teile auf vollem Display. Weg! Geht neben ihm! Ich schnapp ihn trotzdem, wenn du ihn verabschiedet hast, um die Regierungssechrechte zu verabschieden. Wie ist das? Öffne deine Minder, bevor es zu früh ist! Kann ich einfach mal holen? Kann ich gar nicht, cool. Ich verstehe dich. Du kommst hier oft. Deine Augen erzählen mir, dass dein Geist ist offen zu der Wahrheit. Kannst du dir das mit deinem Geist? So dass ich mich weiterentwicke? Äh... 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 ... ... ... ... ... ... ... Auto Ach boah, da ist doch mein Auto Boah, da ist ja so Steuerung Entschuldigung So. Das war's für heute. Nur weil ich ein paar Leute rumfahre, chill, darf ich, darf ich, ach ich muss bedrückt halten, ich habe mein Auto mal hier geparkt, na Leute? Ah, ich bin ein bisschen weg, ich bin ein bisschen weggegangen, ich habe ein bisschen weggegangen, ich habe ein bisschen weggegangen, aber das ist ein bisschen, was für mich? Was auf mich? Okay. Alle Polizisten suchen mich nicht mehr. Bamm, bamm. Das sieht mir so klar aus. Danke. Holy fuck. Dafür ausgehalten. Die Polizei sucht mich nicht mehr, oder wie? Soll ich das Ding activated? Was kann ich damit jetzt machen? Parkour, oder was? Okay, die Polizei sucht mich echt nicht mehr. Weiß nicht, ob das war, weil ich zu weit weggerannt bin von denen, oder... ...weil ich hier eine Side-Quest-Gedöns da angefangen habe. I guess. Geh mal ein Backpack, gib mir mal... ...gute alte Cola. Könnte ich jetzt gut gebrauchen. Haben wir noch was zum Fooden? Ne, natürlich nicht mehr. Was is to breathe on the water? Is new source health? Oh, komm. Hallo. Hallo. Some shouts you find and while contain information hidden... ...data information... ...blah, blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Das in my Backpack system now. I'm more... ...ah here. Cyberware. Cyberware. Desassembler. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. I... ...I don't understand this game, holy fuck. Ich möchte einfach nur schnellen Spaß haben. Ich muss ja jetzt noch nicht studieren, um hier... ...ein Spiel zu spielen, ey. Äh... Inventory... Neue Waffen. Ja, die kann ich aber erst bald. Okay. Feeding an enemy fully restores stamina. Cyberware mod. Cyberware. ... Genau, Regina soll ich jetzt erstmal anrufen, ne? Oh, was das? Feet. Mhm. See you around. Heh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Why you stopped? Never stopped, really. Information is a weapon, V. I just traded in for a larger caliber. See you around. Bye, V. Remember the media lies. What? Okay. Is this a buggy mess? What? What the fuck? Ah, yeah. Ah, talking twins. Okay. Was sagt die Map? Wo ist der nächste? Mal einen kleinen Monster. Wie machen wir das? Oh mein Gott. What the fuck, Alter. Dieses Spiel ist ein buggy mess. Aber richtig hart. What the fuck? So. Weiter Sidequesten. Ich möchte nämlich meinen Doktor bezahlen, so schnell es geht. Oh. Was haben wir denn hier? Äh. Scan Results. Die wirken ein bisschen zu Stahl, ha? Das würde ich jetzt sagen. Hey, V. Beideos attach, don't make me ask twice. Gut. Machen wir mal so'n... ...Drop? Read method. Ähm ja, Track Drop. Und Regina Wochtak nochmal an? Got a friend in need. Wants to snatch back an eye, he lost playing cards. I-an implant I mean. Should be some easy breezy ends. You in? Catch the Deets attached. Okay, machen wir dann danach, I guess. What the fuck? Ich muss mal durch. Go to Tiger's Cloud Dojos, do not raise the alarm, optional. Versuchen wir mal, den Alarm nicht zu raiseen. Wird eh passieren, weil das Delta-System ist ein bisschen komisch, aber ich komme auf das Ding halt einfach nicht klar. Hi, na? Kein Hotdog für mich, okay. Hm. Was haben wir denn? Was quickshot bei Rami und Detektivit, all cameras. Fum, 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 fuh. What? Let's get this party started! Ha ha ha! Ah, ja, 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 ja. Ja, genau. Das wollte ich machen. Gar nicht geklappt, okay? Hey, guck mal hier. Ah, ja, ja, ja. Das verzieht aber ganz schön stark. Ich würde mal gerne eine andere Fouls reinnehmen hier. Weniger DPS, weniger DPS. Ja, ich muss da was nehmen. Ja, ich muss da was nehmen. Oh, shit. Alter. Hallo, kriegst du auch Sam oder nicht? Äh. Äh. Nehmen wir mal hier. Sollen wir nicht das? Nehmen wir mal. Okay, war halt nicht. Wow, 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 buddy. Konoyahu. Konoyahu. Sind das hier Japaner oder was? Hey, plop, plop. Auf. Ich wollte euch eigentlich da ein Geschenk hinlegen. Warte, 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 ich hab genug über euch. Ah, scheiße. Ich komme nicht rum, kacke. Jetzt kriegt ihr was. Wir busen uns einmal. Bam. Und du schießt einfach durch die Wand, ne? Bam. Ach komm, halt die Schnauze hier. Äh. Türkamera. Türkamera. Dann sind hier bitte noch Gegner. Oh. Das war's. Äh. Das war's. Ich komme hier. Äh, ich sehe, ich sehe. Äh, ich sehe, ich sehe. Da oben sind wir nicht mehr. Da oben sind wir nicht mehr. Äh. 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 Äh, äh, äh. Äh. Oh, 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 oh! Wait! Da brauche ich auf einmal eine Glatze. Ach, ich wollte eigentlich Jog-In machen. Ne-o. Was brauchen wir denn? 1C... 1C55. 1C55. E9. Warn. 1C55. 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 1C56. 1C55. 1C76. 1C57. 2C56. Connecten wir mal, was haben wir denn hier? 551c, 1c, 551c. Hä? Hä? Warum hat das jetzt nicht geklappt? BD, 1c, BD. BD, 1c. Warum habe ich das jetzt gefällt? Äh, what? Spielen? Hallo? Connect. BD? Ah, deswegen. BD, 1c, das schaue ich noch nicht. Ähm, C1c, BD, 1c, BD. Das schaue ich. Okay. Hey, na. Okay. Okay. Hey, Raoul, get outside. Wirst du Hilfe? Oder kommst du? Das ist nicht dein Ernst, oder? Eine Eskort-Mission mit jemandem der Humpel. Geil. Ja komm her. Habe ich nochmal hier rein. 1C BD 45. 1C BD 55. 1C BD 55. Zack. Na komm mit, wir sind schon fast da. Da war hier nicht eben eine Tür draußen irgendwo. So kann ich hier einfach ein Katana hier mitnehmen? Ja komm einfach mit raus hier. Hallo. Du bist outside, oder? Ja, solche Quest finde ich echt lächerlich. Egal, wir können ja schon mal ein bisschen gucken, was wir so bekommen haben. Eine Pistole mag ich eigentlich inzwischen. Also die würde ich gerne lassen. Was haben wir denn hier noch? Er muss was mehr DPS machen, nicht wirklich. Dann würde ich mal wieder gerne Rifle haben. Lassen wir mal die hier. Gucken wir mal. So, sehr schön. Sines. Neue Jacke. Hübsch, hübsch. Neue Brille, was ist denn hier? Just das hier? Hoop. Boat. Boat und Wendik. Oh! Boat und Wendik. Hübsch. Lassen wir mal Hm. Kann man, kann man. Craft. Oh, ich hab mal einen Level-Up bekommen. Zwei Perk-Points. Again, more Components when descending. Looting Grawns. Use Damage Tank from Explosions. So, Winter Sun is killed. Use this time to end on Sides. Increases Damage. Use Crit Chance. Here comes Glades. Hm. Ah, oh, oh. Oh, mach mal so. Mach mal so. Oh. Hübsch, hübsch. So, kommste. Hübsch, hübsch, hübsch. Thanks. Ah. I think I can take it from here. I'm sure you will. Hey, listen. By the way. Timm mich angefahren. My head is so much. No can do. Professional discretion. Give me a break. Mercs? Have a court of ethics now? No. I do. You're on the level. Don't let the city swallow you up. And if it does, make sure it remembers you. ich hatte voll diskretion ich habe auch ein Level abbekommen, sehr sehr schön von der Tatsache glaube ich Technical Ability hochleveln muss ich unlock doors and use tech weapons obwohl, ne 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 ne, intelligence war es ich will die intelligence nochmal hoch machen intelligence war man eliminating a target das ist ganz gut so wie lange spiele ich denn eigentlich schon wieder? fast 2 Stunden, krass ich würde sagen, dann machen wir hier auch wieder erstmal Schluss, save game zack 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 und dann sehen wir uns das nächste Mal